Moin Leute was geht hier ist wieder Colin Siegert und heute war ein neunten Video das Video wurde random aufgenommen und ähm wie ihr seht sind meine Team jetzt leider gestorben und schaut euch das Video einfach bis zum Ende an wenn es euch gefällt dann lasst ein Like und ein Abo da ähm und Glock aktivieren um nichts mehr zu vergessen und folgt einfach mal Erik keine Ahnung wie der auf Youtube heißt und Leon der Verloot und auf jeden Fall typisch Gamer Gamer er macht das auf jeden Fall und tschau ja im 2 3 5 5 4 4 5 5 4 5 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 6 8 8 9 9 9 10 10 10 11